Was vor wenigen Monaten mit vielen Post-its im Team der Digital Solutions vom Green-Tech-Unternehmen Salzburger G begann, ist ab sofort Wirklichkeit. Unter dem Titel ENOX Share können Kundinnen und Kunden aus allen Bereichen ab sofort Energiegemeinschaften spielend leicht gründen und verwalten. Bei einer Energiegemeinschaft erzeugt ein Haushalt oder ein Unternehmen zum Beispiel mit einer PV-Anlage Strom, den er nicht selbst vollständig verbrauchen kann. Er produziert von Montag bis Freitag für sein Unternehmen und am Wochenende übergibt er den Strom an die Nachbarn. Er verkauft den Strom am Wochenende zu günstigen Konditionen oder auch je nachdem was er möchte an die Nachbarn und hat somit eine komplette Nutzung der PV-Anlage. Die Energiegemeinschaft kann ganz einfach über die neue Green-Sharing-Plattform der Salzburger G verwaltet werden. Wir kümmern uns um die Abrechnung, um die Gründung, um das gesamte Paket. Wir übernehmen so viel es geht vom Kunden und sie brauchen sich keine Sorgen darum zu machen, in administrativen und bürokrativen Verträgen und sonstigen Anliegen zu ersticken. Die ENOX Share-Plattform wurde auf der Messe Salz 21 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Mit ihr sollen vor allem auch klein- und mittelständische Betriebe, Gemeinden und Privatpersonen Teil der Energiewende werden können. Die Energiewende hängt von vielen Faktoren ab, aber sie hängt vor allem auch davon ab, dass jeder seinen Beitrag leistet. Jeder, ob Politik, ob Wirtschaft und vor allem auch private Energiegemeinschaften sind der Schlüssel für Private. Ideal also für die Energiewende des Privaten durch den Privaten. ENOX Share unterstützt die Energiewende im ersten Schritt im Salzburger Land, soll allerdings in den kommenden Monaten und Jahren deutlich ausgebaut werden. Die Software, die wir hier einsetzen, selbst entwickelt haben, ist wirklich das Beste, was es am Markt gibt. Aber das, was wir bauen, denken wir natürlich für ganz Österreich, weil im Moment die Rahmenbedingungen sehr gut sind, durch die Regulierung, durch das Thema Energiegemeinschaften, durch das Thema, wie jetzt das EGG-Gesetz aufgebaut ist. Ja, aber wir denken natürlich für ein Europa. Alle Infos, wie auch Sie einer Energiegemeinschaft beitreten oder als Erzeuger eine gründen können, finden Sie ab sofort auf unserer Homepage.